Darf ich mal fragen, welche Sportarten Sie selbst betrieben haben? Auch tatsächlich nur Fußball. Wahnsinnig gern und wahnsinnig schlecht. Es war schon in der Schule so, also es war nicht nur so das Klischee, kennt ja jeder, dass man bei diesen berühmten Mannschaften wählen, wenn man sich so aufstellt und dass man da eher bei den Letzten ist, das kennt ja jeder, aber ich wurde einer Mannschaft, die zu gut war als Handicap zugeteilt. Also wirklich so im Sinne von, dann müsst ihr aber auch Olli nehmen, sozusagen. Das ist ja aber hart. Das war hart, aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Wirklich, ich war ein begnadeter Grätscher, also ich habe ausschließlich verteidigt und habe da rumgegrätscht. Andererseits, so ist Deutschland mehrfach Weltmeister geworden. Also ich meine, dass wir so schön spielen können, ist ja relativ neu. Ja, das stimmt, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn wir in der Schule Fußball gespielt haben, die Rennerei war mir zu anstrengend, deshalb bin ich immer ans Tor gegangen, auch wenn ich nicht an die Latte kam. Ich meine, Sie haben ja das typische Torwart Maas, ja, absolut. Ganz typisch, ja.